Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Serratus 1. Heute zeige ich euch das letzte Set aus der neuen Playmobil Dragons Serie und zwar Eret mit seiner 4 Schuss Feuerballiste. Richtig cool, ihr könnt insgesamt 4 solche Feuerpfeile abfeuern. Das Set hat 55 Teile und kostet so um die 20 Euro. Hier seht ihr die Rückseite mit Eret, der hält einen Dolch in der Hand, dann ist noch ein Schwerd dabei, 6 Feuerpfeile und die riesige Balliste, die lässt sich um 360 Grad drehen. Hier die erste Tüte mit Eret und seinen Waffen. Dann hier die Feuerballiste, die einzelnen Abschlussvorrichtungen für die Balliste und die Räder. Hier seht ihr die Feuerpfeile und die Aufbauanleitung. So und hier ein weiteres Teil von der Balliste. So und hier ein weiteres Teil von Eret. 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 und so sieht die 4 Schuss Feuerballiste fertig aus Eret hatte sich schon an seinem neuen Arbeitsplatz gemütlich gemacht jetzt zeige ich euch mal die Balliste aus der Nähe wie ihr schon gesagt habt, insgesamt 4 Abschussvorrichtungen für die Feuerpfeile die ihr dann in alle möglichen Richtungen verstellen könnt ganz nach oben, nach unten, hier zur Seite oder nach hinten die 2 vorderen lassen sich gleichzeitig hier in der Höhe verstellen rastet dann auch ein, da kann nichts verrutschen und wie ich am Anfang schon gesagt habe, die Balliste lässt sich um 360 Grad drehen hier seht ihr nochmal die Plattform mit den Rädern unten so und jetzt zeige ich euch die Funktion wie ihr es ja schon aus den anderen Videos kennt an der Seite befindet sich ein Knopf den drücken und dann wird der Pfeil abgeschossen und der Pfeil wird hier vorne wieder eingesteckt rastet ein dann könnt ihr das Ziel wieder anvisieren dann wieder hier seitlich drücken und den Pfeil abfeuern also ich finde es eines der schönsten Sets aus der neuen Serie sieht wirklich cool aus, diese Feuerballiste hat Playmobil wirklich gut hinbekommen und jetzt zeige ich euch noch eine besondere Funktion und zwar kann Aret auch schießen, feuern und zwar sind die zwei vorderen Ballisten hier mit einer Kette verbunden an dem Griff hier oder an den Griffen und wenn Aret an beiden Griffen zieht dann werden beide Pfeile abgefeuert richtig toll gemacht so jetzt versuche ich alle vier Pfeile gleichzeitig abzufeuern dazu drücke ich die zwei äußeren Abschlussvorrichtungen auf die inneren mal gucken ob es funktioniert jawoll alle gleichzeitig abgefeuert so und hier seht ihr noch die Figur die mit dabei ist das ist Aret mit zwei Waffen einem Schwert und einem Dolch lange schwarze Haare eine blaue Hose schwarze Schuhe und wie ich schon am Anfang vom Video gesagt habe das war das letzte Set aus der neuen Playmobil Dragon Serie wenn euch das Video und natürlich auch die anderen Unboxing Videos gefallen haben dann gebt mir doch einen Daumen nach oben abonniert den Kanal denn es lohnt sich es kommen weitere Videos empfehlt mich weiter teilt das Video und schreibt natürlich unten ganz viele Kommentare rein also dann bis bald bis zum nächsten Video euer Serratus1